Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Mein Fräulein. Effi! Mama? Baron Ilstetten hat eben gerade um deine Hand angehalten. Wenn dieses Genie meine Tochter will, habe ich nichts dagegen. Kennst du ihn auch? Darf ich vorstellen? Major von Kampas? Weiß in Städten eigentlich, wen er da geheiratet hat? Eine Frau, die die Gefahr liebt. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Wenn du mich liebst, dann darfst du mich jetzt nicht allein lassen. Das klingt, als würdest du vor irgendetwas fliehen. Du tust doch alles dafür, damit du mich einsperren kannst in deinen Käfig aus Angst. Was wollen Sie? Das gleiche, was Sie wollen. Sieh dich vor. Kampas hat ziemlich lockere Ansichten über junge Frauen. Ist das jetzt Liebe? Das ist Freiheit. Du gehst nach Berlin, Effi. Jetzt bist du endlich da, wo du hingehörst. Nur noch einmal. Du lässt mich allein. Ich fühle mich entwurzelt wie noch nie. Aber wahrscheinlich ist es auch unsere Rettung, wofür uns die gute Gesellschaft in Acht und Bann schlägt. Feuer! Es sollen alle wissen, dass wir verurteilen, was sie gemacht hat. Nein! Du stehst jetzt allein, Effi. Und hier hast du auch kein Zuhause mehr. Nein! 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 elkander Nächsten Monat? Nächsten Monat. Verliebst du das? Wie sicher ist das denn? 98 Prozent. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Man kann das nicht beeinflussen. Was machen wir denn jetzt? Sein Bruder ist schwer krank, wenn man macht die Natur solche Sachen. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen? Ich fasse, wie redest du mit deiner Mutter da drüber, aber nicht mit mir? Ist das deine Entscheidung oder unsere? Ich habe eine große Rolle, die sich für ein Film zu verabschiedeln. Ich habe eine ganze Zeit, die sich für ein Film zu verabschiedeln. Ich habe eine Art von dem Film aufgebaut. Peníze ti otevřou cestu do celého světa. A já jsem se divil, jak bohatí lidi se dovedou celé odpoledne bavit. Pane, dítě, ne kybicujitá, biežte si po svih. A já jsem vrchním v restauraci nejkrásnějšího hotelu v Praze, hotelu Paříž. Vrchním? Tak úplně vrchním ještě ne, ale krzlým budu. Jak to tak, pane vrchní, všechno víte? Obsluhoval jsem anglického krála. Krále? Pro pána krále, vy jste obsluhoval anglického krála? Praze je krašné žijské město a pravo po něm chodit je nezadatelné pravo každého Němce. Zimno lumpenpak, krechte švájne, Nízef Dampi Čech. Nic jsem nevyděl a nic jsem neslyšel. Nejste dobrý Čech, jste propuštěn. A nečekejte, že vás v Praze někdo zaměstná o to se postará. Vidíte? Houby vám pomohlo, že jste obsluhoval anglického krále. Vy mi nevěříte? Pozvete mě na večeři a pak mi to dopověd. Vy možná kříždou ještě. Příždou Vy měřtí KOLOV Zvištějí Zvištějí Das ist aber ein Brief. Lass ihn los! Nein! Hey, komm jetzt, siehst du erst mal zu mir. Dann ist es in Ordnung, Mann. Lass ihn halt ein bisschen besser kennenlernen. Oh, wie krass, ey, guck dir das fette Teil an. Eins, zwei, drei! Auf jeden Fall! Hör ich's Dinge an. Große, teure Dinge. Wir leben in einer Demokratie. Falsch. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Und geh mal durch die Straßen. Sieht da irgendjemand besonders glücklich aus, oder sehen die aus wie gehätzte Tiere? Ja, natürlich, ich bin der falsche Sündenbock. Weißt du gar nichts davon? Scheiße. Machst du mit? Kiffner steckt die revolutionäre Energie der Jugend. Von der Gäste. Upp. Säge! Die verteile ich morgen in der Uni. Das ist Wahnsinn. Halt! Stehenbleiben! Wir sind verhaftet. Fräulein Sophia Magdalena Scholl? Ja. Geboren am 9.5.1921 in Fürchtenberg. 21 Jahre. Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis? Zuchthaus? Oder Todesstrafe? Gesteh Ihnen bloß nichts. Es gibt nichts zu gestehen. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben! Ja. Und ich bin stolz darauf. Wer waren die Geldgeber? Sie haben hier verdammt nochmal die Wahl zu sagen! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich jetzt endlich Russ und Reiter nennen! Sie werfen uns Hochverrat vor. Und jetzt wollen Sie, dass ich angebliche Mittäter verrate, damit ich selber besser davonkomme? Ja, aber es bilden Sie sich denn ein! Egal wie mein Bruder verurteilt wird, ich will keine mildere Strafe bekommen. Bitte sorgt euch nicht. Ich würde alles genauso wieder machen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren! Ich bin auf dem Weg. Ich bin ehrlich am Bruder. Vielen Dank.